Über das heutige Zwischenergebnis um die Endlagersuche habe ich vor dieser Sendung mit Markus Söder gesprochen, dem bayerischen Ministerpräsidenten. Guten Abend, Herr Söder. Guten Abend. Es bleibt heute der Eindruck, Bayern hat dieses Zwischenergebnis einfach nicht gepasst und sagt jetzt, dann machen wir da nicht mehr mit. Nein, sicher nicht. Wir wissen ja, dass wir eine Lösung brauchen für den Atommüll. Da geht es ja um Verantwortung für die nächsten Generationen und ein Stück weit auch Verantwortung für das, was 30, 40 Jahre in Deutschland gemacht wurde. Aber es muss am Ende ein vernünftiges und nachvollziehbares Verfahren sein. Darum ja, wir werden das konstruktiv begleiten. Aber schon am ersten Moment beginnt es mit einer gewissen Schwachstelle. Wenn man 60 Prozent des Landes nahezu komplett erklärt für ein mögliches Gebiet und auch sehr oberflächlich das noch macht, das ist kein Vorwurf, aber dann ganz konkret sagt, dass eins, nämlich Gorleben, auf keinen Fall geht, dann fängt es schon mal nicht so toll an. Aber dieses Zwischenergebnis ist ja erst mal ein wissenschaftliches Zwischenergebnis. Und Bayern hat da bei diesem Verfahren mehrmals dieses bestätigt und mit erarbeitet. 2013 wurde das im Bundestag und Bundesrat beschlossen. War das damals ein Fehler, das so auf den Weg zu bringen? Oder was hat sich seitdem geändert? Nein, das Verfahren ist richtig, dass man es tut. Wir ergreifen ja auch nicht die wissenschaftlichen Ergebnisse an. Ganz im Gegenteil, wir haben ja zugesagt, dass es da keine Blockade gibt, sondern dass jeder mitmacht. Sie dürfen nicht vergessen, dass Bayern im Moment schon den gesamten Atommüll in den Zwischenlagern in Bayern hat, weil wir die Kernkraft haben. Das heißt, wir tragen jetzt ja schon bereits Verantwortung. Uns geht es nur darum, dass der Prozess nachvollziehbar bleibt. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob dieser Anspruch, für eine Million Jahre jetzt ein Konzept auf den Weg zu bringen, das nicht einmal nur nach der Geologie, sondern nach technischen Maßstäben geht. Es ist schon sehr, sehr anspruchsvoll und wird den Bürgern relativ schwer zu kommunizieren sein. Ich glaube, da sollte man noch mal genau überlegen, wie man die nächsten Jahre diesen Prozess gestaltet. Denn mit dem heutigen Tag entsteht erst mal große Verunsicherung in der Bevölkerung. Und die muss dann auch abgebaut und sauber aufgeklärt werden. Aber das, was Sie Verunsicherung nennen, ist ja eine geplante Transparenz gewesen. Man wollte und sollte heute auch mit diesen Zwischenbetrigen Bericht den Menschen zeigen, wie dieses Endlager gesucht wird und welche Gebiete da infrage kommen. Meinen Sie, dieser Punkt ist denn ein Fehler im Nachhinein? Nein, aber die Wissenschaftler haben ja heute von sich aus gesagt, dass das alles eine Abwägung ist, keine Priorisierung. Dass am Ende auch eine politische Entscheidung durch ein Gesetz gefällt werden muss. Insofern kann das heute kein Tag sein, in dem man sagt, ja, Amen, sondern ja, aber. Und deswegen auch sich konkret mit allen Fragen beschäftigt. Das wird auch eine lange Zeit dauern. Und wir haben ja, glaube ich, elf Jahre jetzt veranschlagt bis zu einer endgültigen Entscheidung. Und 2050 soll das erst in Betrieb genommen werden. Aber das werden anspruchsvolle Jahre werden, ambitionierte Jahre. Und da darf sich keiner täuschen. Ein Atomentlager ist nicht nur in Bayern umstritten. Das wird überall in Deutschland zu heftigen Diskussionen und Kritik führen. Ihr Jahr aber ging auch in Richtung Gorleben, dass Gorleben nicht mehr im Rennen ist. Das bisherige Zwischenlager in Niedersachsen ist in dem aktuellen Verfahren eben ausgeschieden. An welcher Stelle zweifeln Sie das Ergebnis hier bei Gorleben denn an, wenn Sie sagen, die wissenschaftlichen Ergebnisse grundsätzlich, die nehmen wir an? Na ja, schauen Sie, wenn in der Wissenschaft gesagt wird, wir haben jetzt mal oberflächlich untersucht, wir haben mal grundsätzlich geprüft, wir überlegen sogar Städte, Großstädte, als mögliches Gebiet zu sehen, wollen dann aber im weiteren Verfahren konkreter werden. Also dann kann man sagen, okay, so kann man ein sehr grobes Raster mal beginnen. Man kann aber nicht sagen, aber der genau eine kleine Standort, quasi diese paar Quadratmeter, ob die es geht, das ist schon von vornherein ausgeschlossen. Ich habe einige Kommentare gelesen heute in den Abendzeitungen, für morgen, beispielsweise in der Süddeutschen Zeitung, da wird es auch schon hinterfragt, ob das wirklich ein gelungener und kluger Schachzug ist, um diese Transparenz und dauerhafte Akzeptanz darzustellen. Wenn mal der von mir geschätzte Kollege aus Niedersachsen sagt, Bayern soll sich nicht so haben, wir sind nur froh, dass Gorleben draußen ist, dann klingt das aber auch ein bisschen nach dem St. Floriansprinzip, das man uns gerne vorwirft. Aber nochmal die Frage, Sie haben, Vertreter der CSU, dieses Verfahren, diesen Weg mit auf den Weg gebracht. Was ist dann schiefgelaufen? Ja, dieses Verfahren ist ja in Ordnung, es kommt ja auf die Ergebnisse an. Ein grundsätzlich methodischer Weg heißt ja nicht von vornherein, dass alles falsch ist, zumal man auch eines sagen muss, wir müssen noch einmal die Balance halten bei der Frage, was ist jetzt wichtiger, Geologie oder Technik? Wenn Sie das Konzept sehen, dass eine Million Jahre, eine Million Jahre geplant wird, also vor einer Million Jahren gab es jedenfalls die Menschheit in der jetzigen Form nicht. Und wenn man dann denkt, was da für Entwicklungen noch sind, technische Entwicklungen, was den Klimawandel betrifft, dann ist dieser Anspruch kaum darstellbar und wird auch von Wissenschaftlern anderer Wissenschaftsarten zumindest auch selber fragt. Also ich glaube einfach, dass der heutige Tag der Auftrag ist zu einer lebendigen Diskussion, zu einer engagierten, und an der werden wir uns beteiligen. Wie muss abschließend dieses Verfahren jetzt weitergeführt werden? Eine lebendige Debatte haben Sie erwähnt, aber das Verfahren kann aus 1 zu 1 so weiterlaufen? Mit diesem Zwischenergebnis? Ja, also wir werden natürlich Ausgangsbasis dieses Zwischenergebnis erst mal weitermachen. Wir werden es wissenschaftlich auch begleiten, wie viele andere übrigens auch, das höre ich auch von anderen Bereichen, aus anderen gesellschaftlichen Gruppen. Man wird mit den örtlichen Kommunen reden, man wird mit Landräten, mit Oberbürgermeistern reden. In Bayern sind ja praktisch 80% der Landkreise und der kreisfreien Städte jetzt mögliches Gebiet. Und ich bin auch sehr gespannt, wie sich die einzelnen Parteien entsprechend einlassen. Ich habe mich nur etwas gewundert, dass die Grünen zumindest in Bayern nahezu schon im Vorfeld gesagt haben, bevor die Ergebnisse präsentiert werden, Bayern muss da unbedingt dabei sein. Auch das hat mich etwas gewundert. Und damit vielen Dank für das Gespräch, Markus Söder. Guten Abend.